ja leute herzlich willkommen zum neuen video ihr seht heute testen wir mal die supreme shots von norma diesen hier und einmal die sky shots heißen sie glaube ich damit fangen an jeweils zwei und dann die supreme shots einzeln so jetzt im direkten vergleich die supreme shots das war wohl nix so jetzt mein end fazit also die supreme shots na ja zwei roh krepp hier dabei nicht ganz so toll und die sky shots haben eindeutig gewonnen